Das Schönste an dieser Zusammenarbeit ist, dass du auf diese Höfe gehen kannst. Ich heisse Reto Rust und bin Geschäftsführer der Metzgerei Rust in Neu-Sankt-Johann. Das sind alles Lieferanten, die ich schon als kleiner Junge gekannt habe, weil ich ja hier geboren bin. Und dann siehst du auch, wie die Tiere aufgewachsen sind. Das siehst du nicht einfach auf einem Formular, das angekreuzelt wird. Aus dem auch etwas zu machen, wo die Kunden Freude daran haben, das zeichnet uns irgendwann auch aus.